Um Ihr Trader Workstation Konto bei FX Flat mit TradingView zu verbinden, klicken Sie zunächst unter Produkte auf den Button Chart Plus. Nun wird der Chart von TradingView geladen und Sie finden unten den Button Trading Panel. Suchen Sie nun in der Liste Interactive Brokers und Klicken auf den Button Verbinden. Sie werden nun aufgefordert, den Button Fortfahren zu klicken. Auf der neu geöffneten Seite müssen Sie sich nun mit Ihren FX Flat Trader Workstation Logins in Ihr Konto einloggen. Als nächstes müssen Sie die Autorisierung akzeptieren. Sie werden nun bei TradingView mit Ihrem Konto eingeloggt. Sie können nun unten Ihre offenen Positionen anzeigen oder eine Kontoübersicht öffnen. Ihr Konto ist somit erfolgreich mit TradingView verbunden und Sie können mit dem Trading beginnen.